1971 gründeten humanitäre Helfer eine gemeinnützige Organisation, um medizinische Nothilfe für die Bedürftigsten zu leisten. Bei Naturkatastrophen, Epidemien oder bewaffneten Konflikten, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung. Heute verfügt die Organisation über eine einzigartige Logistikstruktur, die von professionellen Mitarbeitern aus der ganzen Welt unterstützt und von Menschen wie ihnen finanziert wird. Ärzte ohne Grenzen hat seit 1993 auch in Deutschland ein Büro. Lernen Sie uns kennen, engagieren Sie sich und helfen Sie mit. Denn zusammen bewirken wir mehr.